so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play terraria mit bianca und sebi hallo hallo so ich gehe dann schon mal zurück wenn der doktor jetzt einzieht oder wenn er sich tatsächlich hinbeamen sollte was ganz cool wäre und gehe schon mal das jall wir haben auch genau drei platin münzen das ist ja witzig das heißt es reicht genau für einen hat doch flügel die braucht doch keinen ja das reicht ja nicht für einen ein platin kostet ein flügel oder so er meinte wir sollen drei platen für uns alle drei mitnehmen gut dann nehme ich jetzt zwei platin mit das ist eine sehr ich weiß nicht ob ich flügel haben wir brauchen wir bilden schon keine wir will nicht nicht flügel also ich hätte gedacht sie prägen mehr muss ich ehrlich sagen wenn ich fliegen will dann spiele ich iron oder nicht nein 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 ich bin kein iphone jetzt wieder wie was das wieder ja was ist was soll das diese diese tassen genau ach so ne ich meine werbung glaube ich oder ich guck mal mehr wie du du kannst mich am ausschlecken logischerweise weil ich kein fahrer sie gucke ich auch keine werbung ich weiß irgendwas das war mein youtube video mein namen ja das war uns und natürlich guckst du kein und sind am mond ja ich habe auch kein internet weil es kommt mal hier mit dem schlüssel her hat denn eigentlich auch jemand ein ja ich habe ihn hast du okay ja ich muss ja auf euch ist kein verlass ja moment so jamoni ich hoffe für dich dass du jetzt schon eingezogen bist ansonsten gibt es nämlich haue ich bin da ja geknallt gerade kann ich will sie mit seinem gestoßen mit seinem kopf voll gegen das mikro ganz kurzfristig war mal weg in dem tempel fliegt eine fliegende schlange rum ich kann unter dem tempel gar nicht ich habe übrigens pixie staub spielst du wirklich gut ist gar das ist aber ich bin eine pflanze ich stehe hier rum und krieg voll aus dem haul also ich kann glaube ich schon mal sagen mit ziemlicher sicherheit das wird kein mmo das wir spielen wie scarlet plate auf keinen fall das ist doch irgendwie so eine manga scheiße ja mit sehr leicht bekleidete frauen frauen ja aber das ist das einzige was dieses spiel zu bieten mutter munni ist da nicht es mir einfach tatsächlich wenig soll ich die soll ich dir jetzt auch flügel kaufen sie mir oder nicht ja ich habe keinen slot frei um sie zu tragen ja musst du halt was austauschen ich tausche an der stiefel dann ausziehen oder so oder die wolke hallo ich ziehe ich meine sensationen super sagt auch ich nicht nicht die städte ist das spiel es ist schon nicht aus wie der tempel eingang hier so flügel die sind auch richtig lustig die flügel so wo seid ihr denn seit der stückten tempel eingang jeder vor und warte zum glück mach ich die aufnahme nicht aber das sind der miet bliebigen universum er hat sich jetzt schon so meinetwegen auf dem weg abduft war treckte ist anke jetzt schon mal sein wenn das anbeleidigen bitte diese gabin gestoppt sprach noch ein stückchen ich habe hier meinen kämpfer hingestellt wieso komme ich jetzt nicht durch ja ne aber ich will doch mal was gelingen 460 ich habe 455 ok die tue ich jetzt nicht ab ja dann gehen wir mal oh ich habe zwei liferoots bekommen sind die auch beide für mich da habe ich 470 ja ja ich habe 465 wow oh und wir sind sensationell reise endlich am tempel angelangt ach nee hier ist eine so eine wassersprache schaut meine fliegelchen an schaut sie euch an sind sie nicht toll die sind die sind die sind die sind sensationell super warte mal nee nicht bianca vorne dran das war so klar ach die quetscht sich immer dazu bitteschön was denn man dankeschön für die liferoots so rein mit uns hoch mit ihnen und raus dann ach ich habe den schüssel gar nicht wir benutzen ich den einfach reinstecken ja stürmen alles erstmal kaputt oh natürlich wo sind denn meine wieso habe ich keine fackeln mehr was kam denn da angeschossen es waren das waren äh hast eine falle ausgelöst ja fallen nee ich nicht da habe ich die doch ich wahrscheinlich schon hier ja da ja hab ich die fackeln weggeschmissen doch einfach mal da runter feuern ach ich habe runter feuern missverstanden mit runter runter feuern ich kämpfe so unter nix kann er aber davon fiel ach die machen noch keine schaden außerdem kann ich ja wieder hoch wo kommt aber das ist das denn jetzt bitte hallo du scheiß turtle kann ich die tür noch mal zu machen ah ich habe die tür hinter uns zugemacht was kriege ich denn jetzt hier die ganze zeit schaden au 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 da was kommen diesen ganzen spitzen da sind ganz viele fallen hier überall man ist das fies aber lustig fies und lustig fies und lustig da möchte ich das gerne abbauen das drecks ding da dann brauchst du da für die ganzen fallen aber ich glaube gleich dann halte ich noch ein bisschen zurück ah nein wo ist denn der auslöser für die falle das ding da in der mitte das spuckt die scheiße ich wollte das ding abbauen das geht auch irgendwie ich muss da jetzt wieder gelaufen kommen ach wie unnüt ja wenigstens habt ihr meine cola eingesammelt soll ich es mal mit dem pornhammer probieren ne kippt nicht ne ich habe da eine druckplatte abgebaut ich denke die war es was ist das denn ach das ist eine kiste gewesen ach das kann man rechts anklicken oder was das ist eine kiste gewesen ich habe eine lizard power cell gefunden eingesetzt bei dem lizard altar ach ne das ist ein altar ne das ist ein altar ein lizard altar ne lizard chest doch meine güte ist das verwirrend mann hat alle überfordert gerade ja aber definitiv überfordert aber ich kann es nicht abbauen oder ne ich kann nicht ach ach da ist nochmal so eine ach doch jetzt kann ich es auch abbauen ach so ich konnte es nicht abbauen weil es noch voll war jep ich baue mir die ganzen fallen jetzt hier ab ich kann es schon gar nicht mehr einsammeln kann das sein ab wir können fliegen wir können fliegen oh mein gejag sehr schön ason jetzt habe ich nicht aufgepasst was habe ich echt mitbringen können das hätten wir uns oben in das haus von einer wird stock darstellen können ja das ist in der tat denn die frage ist ja ob ich ja ganz wieder druckplatten wurde bei meinem können komme ich nicht mehr leben da unten an da ist noch mal ne kiste ich guck mal rein ein gold hätten wir hier wir hätten 20 leuchtstäbe die ich nicht mehr aufnehmen kann fünf heiltränke noch mal so eine power zell doch kann ich doch mal offen ich muss mal gerade ein bisschen was in den schweißen ich lege mich mal ganz langsam voran in der hoffnung nicht auf eine falle zu treten ja war doch mal ein bisschen noch auf sie ja ich habe den gang hier oben zweimal goldenes piano also noch ein sailor shirt braucht kein mensch domino fall benutze ich eh nicht pilze braucht keiner platinum benutze ich will zu leuchtstäbe bianca ich benutze eh nicht hier da ich glaube ich habe hier noch aber ich habe sogar den schattenschlüssel dabei aber keine goldene schlüssel falls wir aber nicht dass wir die hier brauchen ja wohl nicht weiß kann ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht okay ich gehe jetzt noch nach vorne ist ein bisschen zu langsam zu langweilig stand wie weit weg guck auf der karte 400 meter nicht mehr so weit eigentlich oder da ist schon wieder was aber wobei ich krieg schon wieder grad auf die schlauze da ist eine druckplatte zwei wo die da unten vor der kiste bist du das ja genau die muss abbauen dann passiert auch nichts so noch mal gold ein verdächtig ausschauen das auch noch mal eine lisa zelle muss ich gleich mal gucken was man machen kann das war doch schon die stacheln freuen sich nicht reinziehen auch noch ja du musst dir die stacheln auch nicht reinziehen das hast du richtig erkannt ich zieh mir die stacheln rein so ich bin am eingang ich würde mich noch kurz an dem kämpfer gleich nochmal der start wo wo druckplatte vor dir wieso liegt das eigentlich auf drei das ding und eine gute sehr bohren ist auch noch eine druckplatte warte moment ja hab sie von was kriegen da schon noch mal mit druckplatte gelatscht du liegst glaube ich stehst glaube ich auf stacheln ja meinst du finde ich gar nicht nein da bin ich anderer meinung nach langsam ich muss noch irgendwie zurückkommen ja ja da oben haben sich wieder sind wieder gegner bis so noch mal gold noch mal leuchstäbe unsichtbarkeit das sage ich dass sie das ob ich wirklich richtig stehe siehst du wenn da angehe viele russling jetzt bist du überhaupt getrunken ja jetzt bin ich auch drauf gelatscht kommen wir sehen schon hallo kann sich nicht durchbrücken noch einer hochplatte äh äh aua oh schnell weg hier ach da ist ein gegner ich denk grad worauf schießt mein kristall die kiste da habt ihr schon gelootet ich kann nichts mehr tragen ich bin voll und äh so den schüttel aber die gegner kriegen von den von den fallen auch schaden das ist interessant das brauchen wir nicht ich verstehe jetzt da kommt das kann jeder fall portion nehmen wir auch mit warum kommt das nicht so wollen wir hin ist die kiste da oben leer ja nee nicht ganz aber es ist nur noch quatsch drin au 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 ja geh doch da weg dann stell dich doch rechts auf den stein ich habe doch extra den stein da hingebaut rechts nebendran ja ich wollte die kiste abbauen ja das kannst du doch von dem stein aus ja lass uns hier runter gehen achtung auf druck platten hier ist eine druckplatte leute ihr seid ziemlich da und zumindest bianca jetzt habe ich noch nicht noch mal den ganzen scheiß ausgelöst ich bleibe deswegen auch schön hier oben sowohl sind die truppplatten da sind zwei sich links kann man da unten warte hier müssen wir hin können so eine druckplatte zwei druckplatten ich bleibe jetzt mal hier oben hängen ja hier oben gefällt es mir scheiße da ist noch eine ja da ist noch eine oh nein mich danke bianca mich komm geht weg kann fliegen da liegt so eine kreuzhalskette nicht hast du weg alles weg sein da sind noch stacheln genau so weiter kann es gehen diese druckplatten hier sind noch mal druckplatten achtung ja 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 warte ich hole sie weg hab's gesehen beziehungsweise hab's gemerkt machst du sie weg ja achtung da vorne ist noch eine hinter der statu oh cool das ist natürlich nett es gibt auch eine heilerarmor anscheinend sagt kurokeiten gerade auf dem stream aber dann bauen wir hier den mister ab warte doch einfach drüber nee so ja warte ja so mit matsch haben wir ja jetzt genug wow gehen wir da hinten aufräumen ach das sind stacheln okay jetzt hab ich grad gedacht hä was zur Hölle macht mir schade ist ja schon unten im tempel da müssen wir aufpassen hier war so ein komisches ding was geleuchtet hat was wahrscheinlich der golem war keine ahnung wenn der woher hier gibt es nicht mehr so viel kommt ja das ist eine kiste oder ah ist bianca dran hier ist nochmal eine druckplatte also wenn du noch power cells oder so aufnehmen kannst haben wir jetzt aber auch nicht so ja ich hab so ein paar hier ist das ding weiß ich nicht ob ich hier reinlaufen möchte ja der beschwert den wahrscheinlich oder also nicht anklicken ja stimmt aber das ding hab ich auch schon mal gesehen in achtung bianca druckplatte ja ich hab's noch mehr ja ich bin noch drauf gelaufen leider ich will mich irgendwo festhalten so geh gleich rein und baue die druckplatten ab bleibt irgendwo am rand ich muss nur noch warten bis diese komische kugel hier vor meiner nase verschwunden ist okay ich geh jetzt rein ja der urich ist da auch schon drin nicht das ding abbauen bitte das ist ne kiste ja so ja ja gibt's das fisch ist das jetzt hier ja das war's dann wohl würde ich mal sagen das war's hier schon komplett da ist aber noch so viel dunkel hier in dem dungeon tatsache ja dann müssen wir mal gucken aber da gibt's keinen direkten zugang von von den gebilden ist ja komisch hm vielleicht muss man sich da später durchbauen aber ist auch blöd also so wirklich groß war der jetzt nicht vor allem wir haben gar nichts gefunden also wirklich so so mal richtig gar nichts oder ne ja schon hast du recht nischt haben wir oder sollen wir den golem probieren ja ihr habt mich alleine gelassen jetzt sind hier bald wieder gegner gespawnt das kann eigentlich nicht dauern ja ich bin ja schon da das ist jetzt ein bisschen enttäuscht muss ich sagen irgendwie ja ich find's auch schade finde ich jetzt auch oder fehlt da noch uns irgendwas um hier noch mehr auszulösen keine ahnung vor allem wir haben ja möglicherweise ist das ja nur hier das bisschen und halt der ähm golem wir haben aber halt echt gar nichts gefunden da drin hätte ich mit mir gerechnet los oh ja man ey die bau ich gleich zu naja naja das war ja schade mit dieser leichten enttäuschung für den tempel für den wir so lange oder auf den wir so lange gewartet haben bianca ja wir wollten das war echt schwach naja naja ich hau dich mal vielleicht kannst du an oder auf jeden fall ist die folge hier zu ende damit auf wiedersehen tschüss tschüss